Be or not to be, sein oder nicht sein, sagte Hamlet in dem gleichnamigen Stück von William Shakespeare und schaut sich so einen Schädel an. Vielleicht kennen Sie die Szene aus Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger, da hat Schwarzenegger ein Schädel, wo eine Bombe drin ist und sagt dann mit seinem Alpenenglisch be or not to be und sagt dann not to be und schmeißt die Bombe hinter sich. Wir spielen jetzt nicht Shakespeare und auch nicht Schwarzenegger, sondern Hannibal Lecter und öffnen diesen Schädel einmal und da haben wir natürlich unser Gehirn. Unser Gehirn ist ein Netzwerk aus 100 Milliarden Nervenzellen, die alle miteinander in Verbindung sind. Insgesamt ergibt dieses Netzwerk ungefähr eine Billiarde Verbindung, also eine Eins mit 15 Nullen. Das Gehirn besteht aus drei Teilen, zunächst einmal muss man sagen, es nimmt ungefähr zwei Prozent des Körpergewichts ein, verbraucht aber 20 Prozent der Energie. Und es hat drei wichtige Teile. Das erste ist die Großhirnrinde, ein relativ moderner Part des Gehirns, was wir mit dem Vorstandschef im Gehirn vergleichen können. Dort werden rationale Entscheidungen getroffen. Dann gibt es das limbische System. Dort ist die Chefsekretärin des Vorstandschefs, nämlich die Amygdala. Die Amygdala beurteilt die Realität gemäß drei Faktoren, Fight, Fright und Flight. Also kämpfen, flüchten oder sich totstellen. Wenn Sie langweilige Präsentationen hören, können Sie sich meistens nur totstellen. Flüchten oder kämpfen können Sie nicht. Und dann gibt es noch den Türsteher im Gehirn, den Hypothalamus, der auch den Weg zum CEO, Vorstandschef Großhirnrinde versperrt und gleichzeitig für die Umsetzung im vegetativen Nervensystem zuständig ist. Nun ist das Problem, dass unser Gehirn seinen letzten Update vor 70.000 Jahren hatte und Amygdala-Chefsekretärin und Hypothalamus-Türsteher sind genauso alt, während der CEO im Gehirn jünger ist, die Großhirnrinde. Und wenn die Story, die wir hören, nicht klar genug eine Story ist, nicht genug Best Practices des Überlebens hat, dann machen das Chefsekretärin und Türsteher unter sich aus und die Botschaft dringt niemals bis zur Großhirnrinde vor. Und was wir oft versuchen ist, dass wir diese 70.000 Jahre alte Amygdala und Türsteher mit einer Erfindung namens PowerPoint überholen wollen, die 30 Jahre alt ist. Und das kann nicht funktionieren. David Pinker wusste das schon und sagte, wir erinnern uns leichter an Storys. Denn Storys sind die Art und Weise, wie wir uns erinnern. Sie kennen den schönen Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aber eine Story, das zeigen auch Messungen im Gehirn, sagt mehr als tausend Bilder. Unsere Welt ist komplex geworden. Wir sehen heute an einem einzigen Tag in der Shopping Mall so viele Menschen wie der Steinzeitmensch in seinem ganzen Leben. Und mit dieser Komplexität müssen wir irgendwie klarkommen. Wir laufen heute auch nur noch auf dem Crosstrainer herum oder auf irgendwelchen Förderbändern im Airport und nicht mehr so viel in der freien Wildbahn. Und auch das Aufrechte des Menschen, der hat sich ja aufgerichtet irgendwann, geht wieder zurück durch ständiges Kauern vor dem Laptop oder über dem Smartphone. Unser Gehirn hatte seinen letzten Update vor 70.000 Jahren und weiß nach wie vor, wir leben in einer feindlichen Realität, wo fast alle anderen Lebewesen stärker als wir waren oder sind. Das glaubt das Gehirn noch, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr so stimmt. Deswegen ist unsere stärkste Form der Emotion auch die Angst. Das wusste schon der Horrorautor Howard Phillips Lovecraft. Der sagte, die stärkste Emotion ist die Angst und die stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Unser Gehirn ist der Ansicht und besonders unser limbisches System besser ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. Man könnte auch sagen, der Pessimist leidet im Virtuellen, weil er alles schwarz malt, genießt aber im Realen, weil er nur positiv überrascht werden kann. Der Optimist hingegen genießt im Virtuellen, weil er alles als rosa-rot sieht und leidet im Realen, weil Erwartungen enttäuscht werden. Trotzdem ist es wohl schon so, dass ein Optimist ein besseres Leben hat als ein Pessimist. Dennoch, für ihre Story heißt das, die Welt, die sie zeigen, muss erst einmal schlecht sein, damit es überhaupt eine Notwendigkeit für ihr Produkt gibt, was diese Welt besser macht. Eine Story, in der kein Problem existiert, wird vom Gehirn als unwahr empfunden. Eine Story, in der Zeit, 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 in der